Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Montag und herzlich willkommen in diesem 11.04.2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1180, heute mit den folgenden Themen Spotify, Bosch, Scansnap, Loxone, Ikea, Fritzbox und Videos. Und ja, die Stimme, die Stimme, sie kommt irgendwie dezent langsam, glaube ich, wieder. Ich starte mit Spotify, die testen aktuell, zumindest in den Staaten. Neue Art von Werbung für Podcasts. Werbung ist übertrieben, denn es geht einzig und allein darum, wie das Podcasts beworben werden in der Timeline. Podcasts, die man noch nicht abonniert hat, meine ich damit. Potenziell interessante Podcasts und da hat man ja im letzten Jahr was dazu gekauft und genau mit der Firma, die sie dazu gekauft haben, geht es jetzt eben mit diesem Test online. Es sollen TikTok-ähnliche, also Hochkant-Videos kommen, die automatisch generiert werden und die dann den potenziellen Hörer angezeigt, respektive zum Anhören gegeben werden. Wie auch immer. Ich bin mal gespannt, ob das auch zu uns kommt und ob ich es dann wieder mal schaffe, die TikTok, äh genau, die TikTok-App, die Spotify-App zu öffnen. Tolle Neuigkeiten für alle, die ein Bosch E-Bike Connect haben. Eines der Geräte, das zumindest kompatibel ist zu der Neuigkeit. In der Version 4.8.0 gibt es nämlich neu die Möglichkeit von Apple Health-Integration und neuem Kartenmaterial. Aber auch Google Fit ist mit dabei, das heisst die ganzen Daten, die da gesammelt werden, GPS etc., euer Ride etc., was ihr da so alles vor euch herfahrt, wird gesammelt und dann eben an Google Fit oder an Apple Health übergeben. Weiter geht es mit dem ScanSnap und das hat mich verwundert, nach längerem bekommt er wieder mal ein Update. Zwar nicht mein iX500, aber für all diejenigen, die ihn haben, den iX1500 oder den iX1600 gibt es, glaube ich, noch, die haben in der Software ein Update bekommen, dass es möglich ist, besser Fotos zu scannen. Das war ja mit dem 500er nicht wirklich möglich, da vor allem unter anderem einfach die Auflösung zu schwach war. Anscheinend ist es mit den neueren Modellen möglich und da gibt es jetzt ein Update, wo das Ganze ein bisschen besser wird. Auch besser wird das smarte Zuhause von all denjenigen unter euch, die ein Eigenheim haben und oder eigene Wohnung haben, mit Loxone-Unterstützung. Loxone ist ein Smart-Home-System, das einen eigenen Server zu Hause hat. Das Ganze basiert nicht im Internet, sondern lokal bei sich zu Hause. Man hat, wenn man mag und das auch richtig dazukauft, auch Unterstützung von draussen, aber man hat hier vor allem die Möglichkeit, das, wie gesagt, von zu Hause aus lokal zu nutzen. Genau dieser ist jetzt zertifiziert worden für das Apple HomeKit. Das heisst, für all diejenigen, die ein Loxone-System für ihr eigen nennen, die dürfen bald das Ganze über Siri steuern. Da freut sich vielleicht mein Nachbar, obwohl der ist mit Android unterwegs, hat aber ein Loxone-System. Ikea hat die Nuame, wie man es auch immer ausspricht, eine neue Hängeleuchte vorgestellt. Eine LED-Lampe, die von der Decke herunterhängt, die ist hell, die kann Weisstöne in verschiedenen Stufen, wird nicht über einen Schalter gemacht, sondern über Ikea Smart Home. Also hierzu braucht ihr den Trattfree Gateway, um das Ganze smart zu betreiben. Weiter geht es mit AVM und die haben, und jetzt nur die Hinhörer, die Laborversionen nützen. Ja, Laborversionen für die 7590 und die 7590 AX sowie für die 7530 AX sind in neuen Versionen rausgekommen, jeweils, glaube ich, 7.3.1, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich muss nachher meine Büro-Fritzbox auch noch updaten. Die könnte das auch mal wieder auf die Laborversion gewechselt werden. Ich muss da mal ein paar Dinge ausprobieren. Zu guter Letzt habe ich euch noch ein paar Videos. Im dazugehörigen YouTube-Channel von Pogipsi Network sind mehrere Videos online gegangen. Der Huawei Soundjoy, das Ikea Starkwind, das OPPO-Telefonklon, also wie das funktioniert. Dann die Mr. Teasery von Steffen, der Roomba S9, erster Auspack-Video und iPad Air-Zubehör, was man da alles so nutzen kann. Wer sich dafür interessiert, darf gerne in den Shownotes auf daily.giktok unter dem Podcatcher eures Vertrauens auf den entsprechenden Link klicken. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören, euch einen guten Start in die neue Woche und wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.